Liebe Harmonikerfreunde, auch wenn man schon lange musiziert, so wie ich, ist das immer toll, wenn man im Internet solche Plattformen findet, wo man neue Stücke einlernen kann. Marco, diese Seite ist wirklich toll, macht weiter so und freut mich, wenn wir uns wieder mal sehen oder musikalisch auch mal hören. Servus! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020